Und damit herzlich Willkommen hier zurück zu Stranded Deep. Leider müssen wir neu anfangen, weil irgendein Safe-Gemick ist, keine Ahnung. Ähm, aber naja, ist ja nicht schlimm. Oh shit! Geht's schon wieder los? Oh, ich kann mal aufschalten. Das nimmt nämlich die ganze Stimme weg. Oh shit! Mama! Au! Full of the Corp- Hier geht's richtig zur Sache. Loading Szenen. Und damit herzlich Willkommen nochmal hier zu Stranded Deep. Okay, was ist hier drin? Was ist Deep Head Down, ne? Ja? Ja? Was ist das? Hä? Der Ding, ich hab ein Controller angeschlossen, oder was? Warte mal, ist der dumm? Ich hab kein Controller angeschlossen. Ich hab kein Controller angeschlossen. Jetzt. Perfekt. Perfekt. Tap to open. Kompass. Ration. Kompassion. Und Takt her. Rudern! 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 Rudern, du Sau! Ja! Ich muss rudern! Ich muss überleben! Rudern! 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 Undcówken! Kompassion! Kabel mit Planer. Wir müssen auch mal daqui rein kommen in die Steuerung natürlich. Dann machen wir uns ein Messer oder so. Au! Au, die Sau. Der hat mich gezwickt. So ein Arsch aber auch. Geht damit, schlagen geht, ne? Leider. Oh, da ist ein Schiffwrack. Das heißt, können wir dann direkt erkunden, eigentlich. So, ich brauche jetzt Stop. Hier war das Crafting-Menü E. Ah, C, ne? Hier, Stone-Tool. Lang-Palm-Frieden. Die sind schon mal gut, die Brauern. Hier. C. Ah, C, ne? Äh, Lashing-Cloth. Was gibt es da mittlerweile jetzt alles? Finanza. Äh, ne Axt. Wir brauchen noch zwei Stein-Tools und ein Lächeln. Okay, das müsste eigentlich machbar sein. Piapp. So. Oh, ich weiß, dass es hier Schlangen gibt. So viel weiß ich noch. Komm, komm, abhacken hier. Komm, du Sau. Weg hier. Na los. Hallo. Stirb. Ein paar Stiggis. Stiggistikmann. Potatoes. Potatoes. Schaut, dass man die Potatoes nicht anpflanzen kann irgendwie. So, hier. Das, ähm... Wie weiß ich noch? Hier, genau. Ähm... Was brauchen wir für die Axt? Noch ein Lashing und... Stein. Hier. Oh, wir sind voll. Okay. Mist. Ähm... Wo machen wir das am besten hin? Ich bin schon jetzt ans Boot, oder? Das mal alles da hin, vielleicht. Ähm... Die Piawane... ...des Holz. So. Ich kümm aber auch alles dagegen. Ne, dann brauchen wir mal nicht. Dann müssen wir mal was putzen. Äh... Das. So, wir kümmen alles mal ab hier. Hallo. Ach, da ist Renn. Verwecken ist die ganze Zeit. So, wo war jetzt mein Stein-Ding? Komm, ich will mal einfach mal da kurz hin. Allzu weit ist es ja, ne? Ich hoffe, es kommt jetzt kein Kack-Heil. Das Frenziv sieht so geil aus. Muss ich schon mit Musik zu gehen. Schade, dass es so lange dauert, bis immer ein Update kommt. So, guck mal, was es hier gibt. Vielleicht gibt es noch eine Kack-Heilung zu uns. Äh... Äh... Das kann ich nicht mitnehmen, oder? Das kann ich nicht mitnehmen, oder? Oh, ne, ne, ne. Schade, die Dinger mitzunehmen wäre ein bisschen cool. Was war das? Was ja mit... Dann hat er mir doch mit Space angezeigt, oder? Hier vielleicht? Hallo! Warum taucht der... Warum steht der nicht auf? Ist der blöd, oder? Okay. Aber hier unten gibt es dann auch nichts mehr, oder? Kann man da überhaupt rein? Hier vielleicht muss man natürlich erstmal wieder zurechtfinden. Nur, da gibt es nichts mehr. Warum kann der nicht schneller schwimmen? Ich weiß, dass es mega logisch ist und so. Mittlerweile habe ich mal jetzt gesehen. Oh, wir können da rücken schwimmen. Irgendwie schnell... Äh... Schnellschum geht hier irgendwie, ne? So... Ja, Palm-Frieden... So, das machen wir dann ein Läschen, ne? Äh, Läschen, Läschen... Kaum... Coconut Flask... Water Skin, okay... Hmm... 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 So, mal gibt es... Ne... Crafting... Ne... Hmm... Warum kann ich hier kein Läschen herstellen? Hmm... I can... Hmm... So... Hh... Dann können wir jetzt eine Axt eigentlich craften, oder? Sticks und Steintunen. Sticks. So, Steintunen brauchen wir ja. Naja, das machen wir gleich mal. Nur wenn wir ja noch Steine finden. Was ist denn das? Oh, Potato. Nehmen wir schon mit. Potato, Potato. Potato, Potato. So. Hey, was ist das? Zeh, ne? So, Zeh. Und dann müssen wir jetzt aber eigentlich alles haben können. Oh, das ist aber eine coole Axt. Guck mal, Bäume fällen mit. Können wir jetzt irgendwie abkisten bauen? Geht das? Stuhl. Table. Fishtrap. Puh. Kisten scheinen irgendwie nicht zu gehen, oder? Fishing Puppa. Speargun. Bricks. Blanks Ne, irgendwie scheint man keine Kiste bauen zu können oder ich übersehe es gerade Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare ein Abo da lassen falls ihr es noch nicht getan habt Wenn ihr mehr davon sehen wollt lasst einfach mal einen Daumen oben da Was sagt die Uhr her? Wir brauchen trinken Das kann man da lassen Das kann man auch da lassen Ich wechsel die scheiß Taste immer, Mann Schon wieder, hör auf jetzt Kack, Moop Oh, das sehe ich gern Ich finde die Sterne ja echt geil Sieht richtig cool aus Ist da irgendwas, vielleicht ne Kiste oder so Oh, da ist ein Hai Okay Scheiße Komm los ab Lass mich in Ruhe Wir müssen eigentlich echt ein Fischwerk bauen Craft Craft Riffin Life Okay, machen wir gleich mal Okay, können wir halt noch Steine geben Also, nehmen wir auf So Steine gibt, da gibt es Steine Steine gibt es auf den Info irgendwie ganz wenig, habe ich den Eindruck Es gibt von allem irgendein Was ist denn das? Was war denn das? Medizin, okay Medizin, okay Ähm Charakter Charakter Und wir brauchen noch ein Lächeln und ein Steintool Okay Ähm Steintool haben wir Und ein Lächeln Was, was? Ach, das war der Baum Juga Juga Joda So Machen wir mal was der will von uns Hallo, ich hängen Okay T Öh so Okay, dann können wir jetzt endlich dieses Den Nein machen So, Hammer Hammer, Hammer, Hammer Das Messer Ein Campfire will er Okay, warte mal Drei Steine Und Holz Heißt das jetzt schon? Campfire, vier Sticks Was haben wir denn? Drei Jetzt haben wir vier So, hier Craft Kindling Da können wir natürlich Alles jetzt erstmal erklären Hier war das, ne? Nochmal zwei Sticks, okay Aber der Tree müsste doch nicht Eben, oder? So, hier haben wir die Axt Die Hände sind immer noch so verkrüppelt aus Der hat die richtige Krippelhände, der Typ Ja, Hamm Ich habe Feuer gemacht Kill the Crap Okay Das dürfte ja nicht das Problem sein Dem müsste es ja eigentlich hier genug geben Oh, mein Schatten Was für Krippelhände der Typ hat Das war ohne Spaß Das wäre vielleicht mal Five, null days to survive 17 Uhr 9 Das ist auch noch eine Insel Das ist ein Seestern Ach ja, wenn wir mal eine Krabbe Braucht es keine da, oder wie? Die Schatten sieht cool aus irgendwie Yeah Yeah, jump Guck mal her, du scheiß Krabbe Wo bist du? Hallo Komm zu Mama Alter, wenn man eine Krabbe braucht Es ist keine da Wollen wir ja ein bisschen Fliege sehen Really? Das gibt es doch jetzt gar nicht, oder? Das kann jetzt echt nur sein Dass hier keine Krabbe ist Vorhin waren so viele da Oh, irgendwas ist ein Hai, glaube ich Da ist ein Stone-Tool Jetzt haben wir hier ein paar Kokosnüsse So ein kleines bisschen Können wir hier überleben Wir müssen halt auf die ganzen Inseln hier ab So Da ist noch ein Stück Genau, ne? Nein, es wird dunkel Warum? Aber nur eine scheiß Krabbe, man Hä? Ah, so kann man es halt so ausmachen Machen wir es mal an Vielleicht ist das gleiche eine Krabbe da Ich hoffe nur, dass es nicht nur so was wie ein Riesen-Kragen oder so gibt Na toll Ich muss schlafen Oh, ich habe schon ein Messer getroffen Ach ja Ach ja Ich will mir eine Fackel oder so machen Warte mal Äh, Fackel, Fackel, Fackel Da 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 brauchen wir aber Was ist das? Loom Was ist Loom? Wie kriegt man Loom her? Wo kriegt man Loom her? Sleeving Bag Können wir uns eigentlich auch schon Was ist das? Leder Wo kriegt man Leder her? Sheldalation Woodsticks So Wenn wir kein Ding haben Können wir halt auch nichts speichern Alter Nachts halt eine Krabbe zu finden Ist halt echt schwer Ach du scheiße Nachts Auf einer einsamen Minze Na moin Würde mir in die Hose kacken Erstmal hier mal nicht schweinen Weil ich kein YouTube machen kann Ey, hier gibt es keine Krabbe Leck mich Kann es aber gar nicht sein, oder? Scheiß drauf, ganz ehrlich Ich mache mir jetzt erstmal irgendwie Was zum Prüfen Zack Zack Na komm Na komm Geh kaputt du Sau Wie kann man den jetzt ziehen mit der Hand? Halt da Was not enough Hier, hier, da Das ist auch da rauf So Kann man den immer noch ziehen? Soll kann man den echt mal ziehen? Möke Dann den Wollen wir das jetzt? Hä? Wo ist denn das jetzt? Ah, okay Das legen wir mal da hin Dann Komm Dann legen wir mal die Steine weg Ja, ja Dann gehen wir mal die Steine weg 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 Und dann gehen wir mal die Steine weg Ich mache mal die Steine weg Dann gehen wir mal die Steine weg Äh, was haben wir denn? Drei. Und wie viele Lächeln brauchen wir? Eins zum Glück nur. Das haben wir auch. Das können wir nämlich ein Lächeln herstellen. Nein. Ein Lächeln. Jetzt brauchen wir noch einen Stick. Ziehen wir den da her? Den müssen wir noch irgendwo hier herkriegen, oder? Hier, genau. Und das hier, das geht schneller. So. So. Dann proben wir mal die Kokosnüsse. Äh, die schlafen wir auch. Oh, zack. Wenn ich das alles jetzt dahin denke, geht das trotzdem so gut. Ich hoffe es aber noch mal. Oder auch nicht. So. Äh, das war falsch. Äh, das war falsch. Ich glaube, der hat irgendwie nicht gesaved. Ich glaube, der hat irgendwie nicht gesaved. Keine Ahnung. Kackviecher. Ja. Aber man hat eine, braucht es keine da, ne? Das ist halt echt komisch, dass jetzt keine Krabbe da ist, Mann. Das ist halt echt komisch, dass jetzt keine Krabbe da ist, Mann. Da ist einer. Sau. Und kann ich die mit dem Messer nicht killen? Verastet er mich jetzt grad? Was ist das? Ah, jetzt. Bäh. kämpfer ist auch nein shit da hat er blitz eigentlich da Ich weiß nicht auch, dass wir das mit dem Schilder schon haben. Oh, die Wellen sind geil. Hammer ist ja mein Kraftwerk. Hammer, Hammer, Hammer. Lächeln, ein Stick und Stein. Steine und Feier. Brauchen wir noch ein Lächeln. Ein Furag ist ja schon mal das hier. Was ist das denn? Wie ist das laut? Ich bin ein Wurag. Ich bin ein Wurag. Ah, das ist das. Ich bin ein Wurag. Ich bin ein Wurag. So, ich bin ein Wurag. Ich bin ein Wurag. Was ist das Kaffee? Nicht mehr, aber das Kaffee nicht mehr Wir kommen Abweich 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 Du Sau! Wir brauchen Steine. Hier gibt es sich ganz gefühlt. Mineralen Fahrzeugen mit der Achtplägerung aus der Spitze. Was kostet denn eine Spitzhacke? Oho! Ein Stein, Leder. Wo kommt mein Leder her? Ich speichere jetzt hier mal. So, dann würde ich sagen... Wann war es das jetzt für diese Folge? Wir sehen uns in der nächsten Dauern. Und dafür ist Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschö! So, das war es mit dieser Folge Stranded. Die hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht, mal wieder auf der Insel, um das Überleben zu kämpfen. Ich muss sagen, das Gewitter hat echt, also die Wellen haben echt geil ausgesehen. Fand ich richtig nice. Auf jeden Fall haben wir ein bisschen was geschafft, ein Campfire gemacht und uns ein Shelter. Wir müssen halt natürlich noch die anderen Inseln bereisen und mal gucken, ob wir das schaffen zu überleben. Wer weiß, ich weiß es noch nicht. Wird auf jeden Fall echt hart. Zum Glück gibt es nicht mal keine Zombies, sondern einfach nur die Natur und halt Haie. Ich weiß, dass es einen Megalodon gibt und irgendwie einen riesen Tintenfisch, keine Ahnung. Das wird auf jeden Fall nur lustig. Aber gut, wir werden unser Bestes geben, um zu überleben. Stranded Deep wird es sich auf jeden Fall jeden Tag geben, zusammen mit Red Dead Redemption 2 und Minecraft. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ihr könnt auch gerne den Kanal kostenlos abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Müsst ihr die Glocke aktivieren. Wir sehen uns dann entweder im Stream oder in der nächsten Folge. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö.